Hallo, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich freue mich so besonders, denn heute darf ich euch sagen, wir haben mehr als 1000 Abonnenten. Juhu, juhu, juhu. Ja, und das ist natürlich ein Grund zum Feiern, ein ganz toller Anlass auch, für mich eine Verlosung für euch zu machen. Und zwar werden wir drei Hauptgewinner haben und die Gewinne sind erstens ein Auraspray deiner Wahl, also völlig egal welches du möchtest, ich werde es dann für dich machen, ganz persönlich. Als zweites eine persönliche Botschaft von einem Engel, das kannst du dir auch auswählen. Oder als drittes eine Heilübertragung. Also, eins von diesen drei Sachen kann sich jeder Gewinner auswählen und wir werden drei Gewinner auslosen. Jawohl, und zwar ab heute, wo das Video erscheint, eine Woche lang, ich schreibe das Datum hier oben gerade hin, von BIS, kannst du bitte unter dieses Video schreiben, was du gerne gewinnen möchtest. Und somit bist du dann sofort in der Auslosung dabei. Wir werden also alle Namen, die jetzt hier unten sich einschreiben, alle Teilnehmer, die hier unten im Video schreiben, werden wir in eine Lose machen, eine große Glasschale geben und dann, ja, dann werden wir sie verlosen, jetzt heute in einer Woche. Also, nochmal, die Gewinne sind, die Gewinne, die zur Auswahl stehen, sind, eine Aura ist es deiner Wahl, eine persönliche Botschaft oder eine Heilübertragung. Also, diese drei Dinge darfst du dir von einem was aussuchen und ich hoffe, ich hoffe ja sehr, dass euch diese, ja, diese schönen Gewinne auch so gut gefallen wie mir. Ich hatte es ja schon auf der Facebook-Seite mal gepostet und das sind eigentlich, das sind eure Vorschläge und die gebe ich jetzt an euch alle weiter. Und ich sage einfach nochmal herzlichen Dank, ohne euch wäre mein Kanal nicht das, was er ist. Und ich freue mich auch weiterhin für euch, ganz tolle Sendungen machen zu dürfen und ganz viel Freude und Liebe in die Welt senden zu können. Und das geht nur mit euch zusammen. Jawohl, also wir treffen uns wieder in einer Woche. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.